reparieren Er repariert das Lavabo. weinen Das Mädchen weint. Das Mädchen weinte. Das Mädchen hat geweint. trainieren Er trainiert im Fitnesscenter. Er trainierte im Fitnesscenter. Er hat im Fitnesscenter trainiert. streiten Die Politiker streiten Die Politiker stritten Die Politiker haben gestritten. heiraten Sie heiraten in der Kirche. Sie heirateten in der Kirche. Sie haben in der Kirche geheiratet. Sie ist Sie sind Sie 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 Vielen Dank.